hallo zu meinem dritten video in my nation city escape ich werde jetzt spielen ich werde jetzt level also ich hab level 1 2 3 und 4 schon gemacht und jetzt komme ich zu level 5 und level 6 so level 5 ihr wisst ja ich habe das spiel schon öfter gespielt und weiß deshalb vielleicht schneller als manche anderen wie das geht das ist trotzdem kompliziert egal wie oft ich dieses spiel schon gespielt habe ist das hier trotzdem kompliziert in sowas bin ich nicht der beste muss ich ganz ehrlich zugeben ich bin doch jetzt eigentlich doch recht schnell was ist mit dieser uhr ich weiß es nicht mehr ganz genau da oben war irgendwas schlüssel eine leite aber nicht da passt er nicht genau da passt der nicht rein die leite hochgeklettert und ein schlüssel das ist jetzt aber der schlüssel der in das loch passt jetzt okay zwei schlüssellöcher okay was und diamant der sieht aber wertvoll aus die musik dann muss ich jetzt ein loch einsägen mit dem diamanten so was muss ich jetzt machen okay ahja die uhr muss ich jetzt auf die zeit einstellen die auch hier auf der uhr zu sehen ist kurz vor drei kurz vor drei so was super und die tür ist offen juhu und die hotellobby spielen ich weiß es doch so da oben da oben genau das messer ein stift 7369 7369 wofür war das jetzt der kotze weiß ich noch nicht der akku wird hier angeschlossen das ist ein spiel das weiß ich auch noch wie es ging das weiß ich auch noch wie es ging ungefähr ja genau zack das kann mir alles noch nützlich sein was auch immer den stift brauche ich nicht mehr glaube ich ok ah die karte muss ich da reinstecken ok was muss ich da jetzt machen ah die muss ich der reihe nach in einem aufstellen ja aber keine ahnung wie ah ja zack ok super super was muss ich da jetzt ah da muss ich wahrscheinlich die zahlenkombinationen 7369 das funktioniert ja gar nicht jetzt muss ich wahrscheinlich auch noch den anderen aufmachen so 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 super Ah, dann muss ich die Kontrolleinheit nehmen. Zack, zack. So, jetzt kann ich wahrscheinlich die Zahlen eingeben. 7, 3, 6, 9. 7? Oh, jetzt bin ich an der 3 vorbei. 3, 6. 9. Hey, nehme ich mit? So, große Halle und Turm mache ich beim nächsten Mal. Okay? Also. Bis zu meinem nächsten Video bei AlexoXY. Vielen Dank fürs Ansehen. Das nächste Video wird bald kommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.